Was Activision gestern gemacht hat, wirst du nicht glauben. Gestern durften 250 der größten Warzone-Creator aus der ganzen Welt das neue Modern Warfare 3 und auch das neue Warzone zocken. Und was sie dort sehen konnten, war schon wirklich geil. Nicht nur erinnert die Map extrem an Verdans, und auch viele UI-Elemente haben wirklich denselben Flavor wie damals. Auch ist das von allen gewollte Movement zurück. Bunny Hopping, Slide Cancelling und auch Reload Cancelling ist wieder im Spiel. Und das Allerwichtigste auch, Stims geben endlich wieder einen Speedboost. Und zwischendurch wurde dann die größte Bombe gedroppt. Fortune's Key und Rebirth Island kommen 2024 zu Warzone zurück. Schreibt mir in die Kommentare, wie hyped ihr seid.